Hallo und herzlich willkommen auf onlineautomaten-spieler.net. Ich bin Florian und zeige euch heute, wie einfach ihr ein Konto bei Casino Atlanta eröffnen könnt, wie die erste Einzahlung funktioniert und welches Casino-Angebot euch zur Verfügung steht. Auf der Startseite ist es zuerst erforderlich, oben rechts auf Sign abzuklicken und im Anmeldevorgang daraufhin die ersten Informationen anzugeben. So wird zum Beispiel einiges von den persönlichen Daten abgefragt, die Adresse und man muss natürlich auch die AGB lesen und bestätigen. Nachdem ihr eure E-Mail-Adresse bestätigt und euch eingeloggt habt, könnt ihr oben auf Payments klicken. Hier kann die erste Einzelung zum Beispiel per Skill, Paypal, Kreditkarten, per Nutella, PaySafeCard oder auch vielen weiteren Zahlungsmöglichkeiten durchgeführt werden. Auf der Startseite werden euch schon die beliebtesten Spiele angezeigt, zum Beispiel die Live-Casino-Spiele wie Blackjack und Roulette, ebenso die Top-Games darunter und die neuesten Spiele. Zudem kann man oben aber auch auf All Games klicken und bekommt nochmal eine lange, umfangreiche Liste mit den verschiedenen Spielen angezeigt und auch hier oben kann man nochmal direkt in das Live-Casino klicken. Um jetzt direkt zum Anbieter zu gelangen, genügt es nun im Video auf das Anbieter-Logo zu klicken. Falls euch das Video weitergeholfen hat, würde ich mich über einen Like freuen und damit ihr keine zukünftigen Videos und Angebote mehr verpasst, könnt ihr gerne unseren Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.